Dialog 1 Unsere Traumhaustiere In diesem Gespräch zwischen Emma und Paul teilen sie ihre Vorstellungen von ihrem Traumhaustier. Sie diskutieren verschiedene Tierarten, Eigenschaften und warum diese Tiere perfekte Begleiter wären. Das Gespräch soll die Deutschlernenden dazu ermutigen, über ihre eigenen Traumhaustiere nachzudenken und ihre Fantasie zu nutzen, um ihre Vorstellungen auszudrücken. Hallo Paul! Hast du dir schon einmal überlegt, welches Tier dein Traumhaustier wäre? Ja, definitiv! Mein Traumhaustier wäre ein Hund. Ich liebe ihre Treue und ihre Energie. Sie wären der perfekte Begleiter für lange Spaziergänge und Abenteuer. Wie sieht es bei dir aus, Emma? Ich finde Hunde auch toll, aber mein Traumhaustier wäre eine Katze. Ich mag ihre Unabhängigkeit und ihre kuschelige Artikel. Außerdem könnte ich mit ihnen spielen und sie streicheln, wenn ich mich entspannen möchte. Das klingt nach einer gemütlichen Begleitung. Hast du eine bestimmte Rasse im Kopf? Ich finde Perserkatzen sehr schön. Ihre langen, seidigen Haare und ihre ruhige Natur haben mich schon immer fasziniert. Wie sieht es bei dir mit Hunden aus? Ich mag Labrador Retriever. Sie sind freundlich, intelligent und gutmütig. Außerdem sind sie auch tolle Familienhunde. Ich könnte mir vorstellen, mit ihnen zu spielen und sie zu trainieren. Das klingt nach einer Menge Spaß. Kannst du dir vorstellen, mit deinem Traumhaustier Tricks zu trainieren? Ja, auf jeden Fall. Es wäre großartig, wenn mein Hund einfache Kommandos wie Sitz und Platz lernen könnte. Ich könnte ihm auch beibringen, Dinge zu holen oder Pfoten zu geben. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, eine enge Bindung zu deinem Hund aufzubauen. Was denkst du über die Pflege deines Traumhaustieres? Ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen und mich um meinen Hund zu kümmern. Regelmäßiges Bürsten, Füttern und Tierarztbesuche wären für mich selbstverständlich. Wie sieht es bei dir mit der Pflege einer Katze aus? Ich würde sicherstellen, dass meine Katze immer sauberes Katzenklo und frisches Wasser hat. Ich würde sie regelmäßig bürsten und gelegentlich zum Tierarzt bringen, um sicherzustellen, dass sie gesund ist. Das klingt nach einer liebevollen Betreuung. Was denkst du, wie sich unsere Traumhaustiere verstehen würden? Ich denke, dass unsere Haustiere gute Freunde sein könnten, solange sie aneinander gewöhnt werden. Katzen und Hunde können lernen, miteinander auszukommen und gemeinsam zu spielen. Es wäre toll, wenn unsere Traumhaustiere auch Freunde wären. Das klingt nach einer wunderbaren Vorstellung. Vielleicht können wir uns eines Tages unsere Traumhaustiere besorgen und sie zusammenbringen. Das wäre großartig. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir unsere Traumhaustiere haben und sie die besten Freunde werden. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Traumhafte Zusammenarbeit In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Traumkollaborationen. Sie teilen ihre Vorstellungen und Fantasien über die Zusammenarbeit mit ihren Lieblingskünstlern und diskutieren über die möglichen Ergebnisse und Erfahrungen. Hey Max, hast du schon einmal darüber nachgedacht, mit deinen Lieblingskünstlern zusammenzuarbeiten? Oh ja, Lisa. Es ist definitiv ein großer Traum von mir. Es gibt so viele talentierte Künstler, mit denen ich gerne arbeiten würde. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch solche Träume? Absolut. Max, es wäre ein fantastisches Erlebnis, mit meinen musikalischen Vorbildern zusammenzuarbeiten. Einer meiner größten Träume wäre es, mit Ed Sheeran an einem Song zu arbeiten. Ich liebe seine Texte und seine einzigartige Stimme. Wie wäre es bei dir? Oh, das klingt fantastisch, Lisa. Ed Sheeran ist wirklich ein großartiger Künstler. Für mich wäre es ein absoluter Traum, mit Pharrell Williams an einem Album zu arbeiten. Seine Produktionen sind so kreativ und einzigartig. Ich stelle mir vor, dass wir zusammen etwas Außergewöhnliches schaffen könnten. Das klingt wirklich aufregend, Max. Eine Kollaboration mit Pharrell Williams würde sicherlich eine erstaunliche Mischung aus Stilen und Ideen hervorbringen. Ich frage mich, wie es wäre, mit unseren Idolen im Studio zu arbeiten und ihre künstlerische Herangehensweise hautnah zu erleben. Ja, Lisa. Es wäre so inspirierend, ihre Arbeitsweise zu beobachten und von ihrer Kreativität zu lernen. Ich stelle mir vor, dass wir auch viele wertvolle Ratschläge und Tipps von ihnen bekommen könnten, um unsere eigene Musik zu verbessern. Absolut. Max. Eine Kollaboration mit unseren Lieblingskünstlern würde uns sicherlich helfen, uns weiterzuentwickeln und unseren eigenen Stil zu finden. Ich bin sicher, dass es auch eine großartige Gelegenheit wäre, neue Fans zu gewinnen und unsere Musik einer größeren Hörerschaft zu präsentieren. Definitiv, Lisa. Es wäre ein großer Schritt in unserer musikalischen Karriere. Ich frage mich auch, wie unsere Fans auf eine solche Zusammenarbeit reagieren würden. Es wäre sicherlich ein aufregendes Ereignis für sie. Oh ja. Max. Unsere Fans würden sicherlich begeistert sein und es würde die Vorfreude auf unsere Musik noch steigern. Es ist wirklich erstaunlich, wie Musik Menschen verbinden kann, sowohl Künstler als auch Zuhörer. Da hast du absolut recht, Lisa. Die Musik hat eine einzigartige Kraft, Menschen zusammenzubringen und Emotionen auszudrücken. Eine Kollaboration mit unseren Lieblingskünstlern würde sicherlich eine unvergessliche Erfahrung sein. Auf jeden Fall, Max. Es ist schön, dass wir unsere Träume teilen und uns über unsere Traumkollaborationen austauschen können. Wer weiß, vielleicht werden unsere Träume eines Tages wahr. Genau, Lisa. Es ist wichtig, große Träume zu haben und hart dafür zu arbeiten. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in einer Kollaboration mit unseren Idolen wieder. Das wäre unglaublich. Ja. Max, lass uns hart arbeiten und unsere Leidenschaft für die Musik weiterhin verfolgen. Wer weiß, was die Zukunft für uns bereithält. Es war toll, mit dir über unsere Traumkollaborationen zu sprechen. Auf jeden Fall, Lisa. Es hat Spaß gemacht, unsere Fantasien zu teilen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem musikalischen Weg und mögen deine Träume wahr werden. Danke, Max. Dir auch alles Gute. Lass uns weiterhin hart arbeiten und unsere Träume verfolgen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in einer gemeinsamen Kollaboration. Das wäre fantastisch, Lisa. Bis dahin wünsche ich dir viel Inspiration und kreative Energie. Lass uns in Kontakt bleiben und uns über unsere musikalischen Abenteuer auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall, Max. Danke für das inspirierende Gespräch. Wir werden uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis bald und viel Erfolg. Danke, Lisa. Bis bald und viel Erfolg auch für dich. Mach's gut. Dialog 3 Traumhafte Hochzeitsziele In diesem Dialog unterhalten sich Anna und Max über ihre Traumhochzeitsziele. Sie tauschen ihre Wünsche, Vorlieben und Ideen für den perfekten Ort zum Heiraten aus und teilen ihre Begeisterung für unvergessliche Hochzeitsfeiern. Hey Max. Ich träume schon immer von einer traumhaften Hochzeit. Hast du auch ein besonderes Hochzeitsziel im Sinn? Oh ja. Anna, ich habe immer davon geträumt, an einem wunderschönen Strand zu heiraten. Ein ideales Ziel wäre für mich die Karibik, mit ihren weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser. Das klingt wirklich romantisch. Ich stelle mir eine Hochzeit am Strand auch sehr schön vor. Für mich wäre aber ein Schloss in Europa ein absoluter Traum. Das wäre auch unglaublich. Es gibt so viele atemberaubende Schlösser in Europa, die eine einzigartige Kulisse für eine Hochzeit bieten würden. Hast du schon ein bestimmtes Schloss im Auge? Ja. Ich habe von Schloss Neuschwanstein in Deutschland geträumt. Es ist so majestätisch und hätte eine märchenhafte Atmosphäre für unsere Hochzeit. Das klingt fantastisch. Schloss Neuschwanstein ist wirklich ein magischer Ort. Ich kann mir vorstellen, wie schön es wäre, dort den Bund fürs Leben zu schließen. Gibt es noch andere Ziele, die dich interessieren? Ich habe auch von einer Hochzeit in den Bergen geträumt. Die Schweizer Alpen wären dafür perfekt. Ich stelle mir eine romantische Berghütte vor, umgeben von der atemberaubenden Natur. Das klingt nach einer idyllischen Vorstellung. Die Schweizer Alpen bieten eine spektakuläre Kulisse für eine Hochzeit inmitten der Berge. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend das wäre. Hast du auch schon über die Gästeliste nachgedacht? Ja, ich denke an eine kleine Hochzeitsgesellschaft, mit unseren engsten Freunden und Familienmitgliedern. Eine intime Feier, bei der sich jeder besonders wohl und verbunden fühlen kann. Das ist eine großartige Idee. Eine kleine Hochzeitsgesellschaft ermöglicht es uns, uns auf die Menschen zu konzentrieren, die uns wirklich wichtig sind. Es wäre eine sehr persönliche und bedeutungsvolle Feier. Hast du noch andere Hochzeitsziele im Sinn? Ich habe auch von einer Hochzeit auf einer exotischen Insel geträumt. Die Malediven wären dafür ein Traumziel. Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und eine romantische Atmosphäre. Wow, das klingt nach einer absoluten Traumhochzeit. Die Malediven sind bekannt für ihre atemberaubende Schönheit und ihren Luxus. Eine Hochzeit dort würde sicherlich unvergesslich sein. Wir haben so viele tolle Ideen. Ja, das stimmt. Es ist aufregend, über diese Traumhochzeitsziele zu sprechen und sich vorzustellen, wie der schönste Tag unseres Lebens aussehen könnte. Die Planung einer Hochzeit ist wirklich eine besondere Zeit. Das ist es definitiv. Ich bin dankbar, dass wir unsere Vorstellungen und Wünsche teilen können. Egal wo wir letztendlich heiraten, ich bin sicher, es wird ein Tag voller Liebe und Glück sein. Dialog 4 Köstliche Genüsse In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Lieblingsgerichte und Getränke und beschreiben, was sie daran so besonders finden. Sie tauschen ihre Vorlieben für verschiedene Aromen und Geschmacksrichtungen aus. Hey Max, hast du ein Lieblingsessen, das du immer wieder gerne isst? Hallo Lisa. Ja, mein absolutes Lieblingsessen ist Pizza. Ich liebe den knusprigen Teig und die leckeren Belege wie Tomaten, Käse und Salami. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es ein bestimmtes Gericht, das du besonders magst? Oh ja, ich bin ein großer Fan von Sushi, maximal. Ich liebe die frischen Zutaten und die Vielfalt der Geschmacksrichtungen. Es ist so lecker und leicht. Hast du auch ein Lieblingsgetränk, das du gerne dazu trinkst? Definitiv. Zu meiner Pizza trinke ich am liebsten eine erfrischende Limonade, Lisa. Der spritzige Geschmack passt einfach perfekt dazu. Wie wäre es mit dir? Hast du ein Lieblingsgetränk, das du zu deinem Lieblingsessen bevorzugst? Zu Sushi trinke ich gerne grünen Tee, maximal. Es ist eine schöne Ergänzung zu den verschiedenen Geschmacksrichtungen und hilft beim Verdauen. Gibt es ein bestimmtes Gewürz oder eine Zutat, die deinem Lieblingsessen das gewisse etwas verleiht? Bei meiner Pizza liebe ich den Geschmack von frischem Basilikum, Lisa. Die Kombination von Basilikum und Käse ist einfach unwiderstehlich. Hast du auch ein bestimmtes Gewürz oder eine Zutat, die du in deinem Lieblingsessen nicht missen möchtest? Bei Sushi ist Wasabi ein absolutes Muss, maximal. Es verleiht den Sushi-Rollen eine angenehme Schärfe und rundet den Geschmack perfekt ab. Gibt es ein bestimmtes Dessert, das du gerne nach deinem Lieblingsessen genießt? Ich bin ein großer Fan von Schokoladen-Eis, Lisa. Nach einer leckeren Pizza ist ein erfrischendes Schokoladen-Eis einfach himmlisch. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ein Lieblingsdessert, das du besonders gerne isst? Mein Lieblingsdessert ist ein Stück frischer Obsttorte, maximal. Es ist leicht und fruchtig und passt perfekt zu einem guten Essen. Gibt es ein bestimmtes Gericht, das du gerne einmal probieren möchtest? Ich würde gerne einmal authentische mexikanische Tacos probieren, Lisa. Ich habe viel Gutes darüber gehört und bin gespannt auf den Geschmack. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es eine bestimmte Küche, die du gerne entdecken möchtest? Ich würde gerne die thailändische Küche erkunden, maximal. Ich habe gehört, dass sie viele interessante Aromen und Gewürze bietet. Es wäre spannend, neue Geschmackserlebnisse zu entdecken. Was ist für dich das Beste an einem guten Essen? Für mich ist das Beste an einem guten Essen, dass es mich glücklich macht und mir ein positives Gefühl gibt, Lisa. Es war toll, mit dir über unsere Lieblingsessen und Getränke zu sprechen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Traumhafte Fashion-Fotoshootings In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Träume über aufregende Mode-Fotoshootings aus und teilen ihre Vorstellungen und Ideen miteinander. Hey Laura, wie geht's? Hast du jemals von einem traumhaften Fashion-Fotoshooting geträumt? Hallo Sophie. Ja. Absolut. Es ist schon immer mein Traum gewesen, an einem glamourösen Mode-Fotoshooting teilzunehmen. Ich stelle mir vor, wie ich in atemberaubenden Kleidern posiere und vor der Kamera strahle. Wie ist es mit dir? Oh ja, Laura, ich teile diese Vorstellung mit dir. Es wäre so aufregend, in verschiedenen Stilen und Outfits zu posieren und die Kamera einzufangen. Kannst du dir vorstellen, an einem bestimmten Ort zu shooten? Definitiv, Sophie. Mein Traum wäre es, an einem exotischen Strand zu shooten, umgeben von Palmen und dem Rauschen des Meeres. Ich stelle mir vor, wie der Wind mein Kleid umweht und ich die Sonne im Hintergrund strahlen sehe. Wie wäre es mit dir? Das klingt fantastisch, Laura. Ich habe immer davon geträumt, in einer lebendigen Stadt wie Paris zu shooten. Die engen Gassen, historischen Gebäude und das modische Flair würden perfekte Hintergründe für die Fotos bieten. Hast du eine bestimmte Art von Outfits im Sinn? Ich würde gerne elegante Abendkleider tragen, die meinen Look betonen und eine gewisse Eleganz ausstrahlen. Wie sieht es mit dir aus, Sophie? Ich denke, ich würde gerne verschiedene Stile ausprobieren, von lässig und urban bis hin zu verspielt und vintage. Es wäre toll, meine Persönlichkeit durch die Outfits zum Ausdruck zu bringen. Gibt es einen besonderen Fotografen, mit dem du gerne arbeiten würdest? Ich bewundere die Arbeit von Mario Testino. Seine Bilder sind so kunstvoll und haben eine einzigartige Ästhetik. Ich würde mich geehrt fühlen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie wäre es mit dir, Sophie? Ich liebe die Kreativität von Anni Leibevitz. Ihre Fotos erzählen Geschichten und haben eine starke emotionale Wirkung. Es wäre ein Traum, von ihr fotografiert zu werden. Hast du noch weitere Ideen für das perfekte Fashion-Fotoshooting? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch mit verschiedenen Accessoires und Hintergründen experimentieren könnten, um eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht könnten wir auch mit Licht-Effekten spielen, um den Bildern eine besondere Note zu verleihen. Das klingt nach einer großartigen Idee, Laura. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben und unsere Persönlichkeit in den Fotos zum Ausdruck bringen können. Vielleicht können wir eines Tages unsere Träume verwirklichen und an einem aufregenden Fashion-Fotoshooting teilnehmen. Auf jeden Fall, Sophie, lass uns weiter davon träumen und uns gegenseitig ermutigen, unsere Ziele zu verfolgen. Wer weiß, vielleicht wird unser Traum bald Wirklichkeit. Absolut. Laura, lass uns an unserer Leidenschaft festhalten und hart daran arbeiten, unsere Träume zu verwirklichen. Ich wünsche uns beiden viel Erfolg und spannende Abenteuer in der Modewelt. Dialog 6 Ein inspirierendes Gespräch über Mentoren. In diesem Gespräch zwischen Sarah und Tim teilen sie ihre Erfahrungen mit inspirierenden Mentoren und diskutieren die Auswirkungen, die sie auf ihr Leben hatten. Sie tauschen Geschichten aus und sprechen über die wertvollen Lektionen, die sie von ihren Mentoren gelernt haben. Hallo Tim, ich habe gehört, dass du einen inspirierenden Mentor hattest. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Hallo Sarah, ja, das stimmt. Mein inspirierender Mentor war mein Lehrer Herr Müller. Er hat mich während meiner Schulzeit begleitet und mich dazu ermutigt, meine Ziele zu verfolgen. Er war immer geduldig und hat mir geholfen, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Hast du auch einen Mentor, der dich inspiriert hat? Ja, mein inspirierender Mentor war meine Großmutter. Sie war eine starke und kluge Frau, die immer an mich geglaubt hat. Sie hat mich ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen und an meine Träume zu glauben. Ihre Lebensweisheiten und Ratschläge haben mich sehr geprägt. Was hast du von deinem Mentor gelernt, Tim? Von meinem Mentor habe ich gelernt, dass Durchhaltevermögen und harte Arbeit der Schlüssel zum Erfolg sind. Er hat mir beigebracht, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, solange ich daraus lerne und mich weiterentwickle. Seine Unterstützung und Anleitung haben mich motiviert, immer mein Bestes zu geben. Welche Lektionen hast du von deiner Großmutter gelernt, Sarah? Von meiner Großmutter habe ich gelernt, dass Freundlichkeit und Mitgefühl die Welt verändern können. Sie hat mir beigebracht, anderen Menschen zu helfen und mich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Ihre Großzügigkeit und ihre positive Einstellung haben mich inspiriert, ein besserer Mensch zu sein. Hast du noch andere inspirierende Mentoren getroffen, Tim? Ja. Ich hatte auch das Glück, andere inspirierende Mentoren zu treffen. Mein Sporttrainer während meiner Schulzeit war einer von ihnen. Er hat mich nicht nur körperlich trainiert, sondern auch wichtige Werte wie Teamarbeit und Disziplin vermittelt. Seine Energie und Leidenschaft für den Sport waren ansteckend. Bist du noch anderen inspirierenden Mentoren begegnet, Sarah? Ja. Ich hatte das Glück, von verschiedenen Lehrern und Vorgesetzten inspiriert zu werden. Sie haben mich ermutigt, meine Stärken zu erkennen und an mich selbst zu glauben. Sie haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, hart zu arbeiten und immer neugierig zu bleiben. Es ist wirklich erstaunlich, wie inspirierende Mentoren unser Leben beeinflussen können, nicht wahr, Tim? Absolut. Sarah. Inspirierende Mentoren können einen großen Einfluss auf unser Leben haben und uns helfen, unser Potenzial zu entfalten. Ich bin dankbar, dass ich solche Menschen in meinem Leben hatte. Sie haben mich dazu motiviert, an mich selbst zu glauben und meine Träume zu verfolgen. Ich hoffe, dass wir alle einen inspirierenden Mentor finden können, der uns auf unserem Lebensweg begleitet. Das ist ein wunderbarer Gedanke, Tim. Inspirierende Mentoren können uns helfen, unser Selbstvertrauen aufzubauen und unsere Ziele zu erreichen. Ich wünsche allen Deutschlernenden, dass sie solche wertvollen Begegnungen erleben können. Dialog 7 Modevisionen In diesem Gespräch zwischen Lisa und Tom tauschen sie ihre Begeisterung für Mode aus und diskutieren ihre Lieblings-Mode-Designer. Sie teilen ihre Inspirationen und bewundern die einzigartigen Stile und Kreationen der Designer. Hallo Tom. Ich habe gehört, dass du ein Faible für Mode hast. Gibt es einen Mode-Designer, den du besonders bewunderst? Hallo Lisa. Ja, das stimmt. Ein Mode-Designer, den ich sehr inspirierend finde, ist Karl Lagerfeld. Sein ikonischer Stil und seine Kreativität haben die Mode-Welt maßgeblich beeinflusst. Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Lieblings-Mode-Designer? Oh ja. Ich bewundere die Designs von Coco Chanel. Ihre Kreationen haben die Damen-Mode revolutioniert und stehen für zeitlose Eleganz. Ihre klassischen Stücke sind immer noch ein modischer Hit. Hast du einen Tipp für angehende Mode-Designer, Tom? Ja. Sicher. Mein Tipp wäre, die eigene Kreativität zu fördern und verschiedene Stile und Trends zu erkunden. Es ist auch wichtig, die Techniken des Mode-Designs zu erlernen und mit verschiedenen Materialien und Farben zu experimentieren. Hast du noch weitere Mode-Designer, die dich inspirieren, Lisa? Ja. Definitiv. Ein weiterer Designer, den ich bewundere, ist Stella McCartney. Ihre nachhaltige Herangehensweise an die Mode-Industrie und ihr Engagement für Tierrechte machen sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit. Ich finde es toll, wie sie Mode und Ethik miteinander verbindet. Gibt es ein bestimmtes Projekt oder eine Kollektion eines Designers, auf die du besonders gespannt bist, Tom? Ja. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Kollektion von Alexander McQueen. Der verstorbene Lee Alexander McQueen war ein wahres Genie und seine Designs waren immer sehr innovativ und avagadistisch. Ich bin gespannt, wie das Erbe von McQueen in den neuen Kollektionen weitergeführt wird. Gibt es eine bestimmte Modenschau oder ein Ereignis in der Modewelt, auf das du dich freust, Lisa? Ja. Ich freue mich jedes Jahr auf die Paris Fashion Week. Es ist ein aufregendes Event, bei dem viele namhafte Designer ihre neuesten Kreationen präsentieren. Es ist eine tolle Möglichkeit, die aktuellen Trends zu entdecken und sich von den aufregenden Laufstegshows inspirieren zu lassen. Hast du ein Lieblingsstück von einem Modedesigner, Tom? Oh ja. Mein absolutes Lieblingsstück ist ein Anzug von Giorgio Armani. Seine Schneiderkunst und die perfekte Passform machen jeden Anzug zu einem echten Hingucker. Es ist erstaunlich, wie ein gut geschnittener Anzug das Selbstbewusstsein stärken kann. Hast du ein Lieblingsstück, Lisa? Ja. Mein Lieblingsstück ist ein Kleid von Valentino. Die Liebe zum Detail und die handwerkliche Qualität sind beeindruckend. Das Kleid fühlt sich einfach luxuriös an und ich fühle mich darin wunderschön. Es ist erstaunlich, wie Kleidung das Selbstbild beeinflussen kann. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 8 Lieblingskampfkunststile In diesem Gespräch teilen zwei Personen ihre Lieblingskampfkunststile und tauschen sich über ihre Bewunderung für die Kampfkunstwelt aus. Hey Lukas, wie geht's? Welcher ist dein Lieblingskampfkunststil? Hallo David. Ich bin ein großer Fan des Karate. Die Techniken, die Körperbeherrschung und die Disziplin, die damit einhergehen, beeindrucken mich sehr. Wie ist es mit dir? Das klingt cool, Lukas. Mein Favorit ist Taekwondo. Die kraftvollen Tritte und akrobatischen Bewegungen faszinieren mich. Gibt es einen bestimmten Kampfkunststil, den du gerne erlernen würdest? Ja. Ich würde gerne Judo ausprobieren. Die Wurftechniken und das Bodenkampftraining interessieren mich sehr. Es wäre eine spannende Herausforderung. Wie ist es mit dir, David? Ich würde gerne Kung Fu ausprobieren. Die fließenden Bewegungen, die Kontrolle über den Körper und die philosophischen Aspekte des Kung Fu ziehen mich an. Lukas, hast du eine Idee, wie man seine Fähigkeiten in einer Kampfkunst verbessern kann? Ein wichtiger Schritt ist sicherlich regelmäßiges Training und die Anleitung eines erfahrenen Trainers. Es erfordert Zeit und Hingabe, um Fortschritte zu machen. David, wie stellst du dir das Training in deinem Lieblings-Kampfkunststil vor? Ich denke, das Training im Taekwondo beinhaltet eine Mischung aus Konditionsübungen, Techniktraining und Sparring. Es ist wichtig, Ausdauer und Kraft aufzubauen und die Techniken immer wieder zu perfektionieren. Lukas, hast du eine besondere Kampfkunsterfahrung oder eine persönliche Geschichte, die du mit mir teilen möchtest? Ja, ich erinnere mich an meinen ersten Karate-Wettkampf. Es war eine aufregende Erfahrung, gegen andere Teilnehmer anzutreten und das Gelernte in der Praxis anzuwenden. David, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Lieblings-Kampfkunststile zu sprechen. Danke dir auch, Lukas. Es war schön, unsere Begeisterung für Kampfkunst zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin unsere Leidenschaft für die Kampfkunstwelt bewahren und neue Herausforderungen annehmen. Dialog 9 Ein Gespräch über Lieblingsmodemarken In diesem Gespräch zwischen Lisa und Tim teilen sie ihre Lieblingsmodemarken und sprechen über ihren persönlichen Stil. Sie tauschen Empfehlungen aus und diskutieren, was ihnen an den einzelnen Marken gefällt. Hey Tim, ich liebe Mode und wollte dich fragen, welche deine Lieblingsmodemarken sind. Hallo Lisa, da hast du mich aber direkt aufs Modethema angesprochen. Ich mag besonders gerne H&M und Sarah. Beide Marken bieten stylische Kleidung zu erschwinglichen Preisen. Wie sieht es bei dir aus? Oh, das sind auch meine Favoriten. Ich mag auch Mango und Forever 21. Sie haben eine große Auswahl an trendiger Kleidung, die meinen persönlichen Stil perfekt widerspiegelt. Gibt es eine bestimmte Kollektion oder ein Kleidungsstück, das dir besonders gut gefällt? Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan der H&M Conscious-Kollektion, die umweltfreundliche Mode anbietet. Außerdem habe ich ein Lieblings-T-Shirt von Sarah, das super bequem ist und gut zu vielen Outfits passt. Wie ist es bei dir? Das ist toll, dass du Wert auf nachhaltige Mode legst, Tim. Von Mango mag ich ihre Sommerkollektionen am meisten. Sie haben so viele schöne Kleider und Blusen, die perfekt für warme Tage sind. Hast du noch eine andere Lieblingsmarke? Ja. Ich finde auch, Nike, sehr cool. Ihre Sportbekleidung ist von hoher Qualität und sieht gleichzeitig stylisch aus. Für meine Workouts trage ich oft ihre Leggings und T-Shirts. Wie sieht es bei dir mit Sportbekleidung aus? Sportbekleidung ist auch meine Leidenschaft. Ich liebe Adidas. Ihre Designs sind sportlich und trendy zugleich. Ich trage ihre Leggings und Sneakers nicht nur zum Sport, sondern auch im Alltag. Gibt es eine Modemarke, die du gerne einmal ausprobieren möchtest? Ja. Ich würde gerne einmal Kleidung von Gucci ausprobieren. Ihre Designs sind so einzigartig und luxuriös. Allerdings sind sie auch recht teuer. Deshalb steht das noch auf meiner Wunschliste. Hast du auch eine Marke, von der du träumst? Definitiv. Ich träume davon, eines Tages ein Kleid von Chanel zu besitzen. Ihre Eleganz und ihr zeitloses Design faszinieren mich. Mal sehen, ob ich mir diesen Traum in Zukunft erfüllen kann. Es war schön, mit dir über Modemarken zu sprechen, Tim. Ja. Es war wirklich interessant. Lisa. Vielleicht können wir zusammen einkaufen gehen und uns gegenseitig Tipps geben. Mode verbindet uns. Danke für das Gespräch. Das klingt super. Gerne, Tim. Ich freue mich darauf. Tschüss. Tschüss, Lisa. Bis bald und viel Spaß beim Stylen deiner Lieblingsmarken. Dialog 10 Unterwegs in der Wildnis. In diesem Gespräch teilen zwei Freunde ihre unvergesslichen Erlebnisse auf Wildtier-Safaris. Sie tauschen sich über ihre Begegnungen mit der Tierwelt aus und schwelgen in Erinnerungen an spannende Abenteuer. Hey Tom. Ich erinnere mich immer noch gerne an unsere Wildlife-Safari in Afrika. Welches war für dich das beeindruckendste Tier, das wir gesehen haben? Hallo Sophie. Oh ja. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Für mich war der Moment, als wir die Löwen in freier Wildbahn gesehen haben, einfach atemberaubend. Es war faszinierend, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Absolut. Tom. Die Löwen waren definitiv beeindruckend. Aber weißt du noch, als wir die Elefantenherde gesehen haben? Diese majestätischen Tiere waren so friedlich und mächtig zugleich. Oh ja. Sophie, die Elefanten waren wirklich beeindruckend. Ihre Größe und Stärke haben mich sprachlos gemacht. Wir hatten das Glück, sie aus nächster Nähe beobachten zu können. Erinnerst du dich auch an den Moment, als wir die Giraffen gesehen haben? Diese langen Hälse und ihre eleganten Bewegungen haben mich fasziniert. Es war wie eine Szene aus einem Naturfilm. Ja. Sophie, die Giraffen waren so anmutig. Ihre beeindruckende Körperstruktur und ihr ruhiges Wesen haben mich beeindruckt. Es war ein wahrhaft magischer Anblick. Und wie können wir den Tag vergessen, als wir die Nashörner entdeckt haben? Sie sind so selten und gefährdet. Deshalb war es eine besondere Ehre, sie zu sehen und zu schützen. Da hast du recht, Sophie. Die Nashörner sind bedroht, und es war wichtig, ihr Überleben zu unterstützen. Diese Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig Naturschutz ist. Auf jeden Fall, Tom. Ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, solche unvergesslichen Tierbegegnungen zu erleben. Es hat mein Verständnis für die Tierwelt vertieft und mich motiviert, mich noch stärker für ihren Schutz einzusetzen. Ich teile deine Begeisterung, Sophie. Diese Safaris haben uns gezeigt, wie wertvoll und schützenswert die Tierwelt ist. Wir sollten uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Natur und die Tiere erhalten bleiben. Absolut. Tom, lasst uns unsere Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen teilen, damit auch sie die Schönheit und Bedeutung der Tierwelt verstehen können. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Da hast du recht, Sophie. Lasst uns unsere Erinnerungen in die Welt hinaustragen und andere dazu inspirieren, die Tierwelt zu respektieren und zu schützen. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer in der Wildnis, Tom. Es gibt noch so viel zu entdecken und zu erleben. Ich bin auch schon gespannt, Sophie. Es gibt noch viele faszinierende Tiere und Orte zu erkunden. Auf viele weitere unvergessliche Safaris. Auf viele weitere Abenteuer, Tom. Gemeinsam können wir die Wunder der Natur entdecken und schützen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 11 Sommergenuss In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Lieblings-Eissorten und die Geschmackserlebnisse, die sie damit verbinden. Sie teilen ihre Vorlieben und tauschen Empfehlungen aus. Hey Max, mit dem Sommer um die Ecke denke ich schon an erfrischendes Eis. Was ist deine Lieblings-Eissorte? Hallo Lisa. Oh, ich liebe Eis. Meine absolute Lieblingssorte ist Schokolade. Es ist so cremig und lecker. Wie sieht es bei dir aus? Schokolade ist auch eine meiner Favoriten, maximal. Aber meine Lieblings-Eissorte ist Erdbeere. Es ist fruchtig und erinnert mich immer an den Sommer. Hast du auch andere Lieblingssorten? Ja. Neben Schokolade mag ich auch Vanilleeis. Es ist so vielseitig und passt gut zu verschiedenen Toppings und Desserts. Hast du schon einmal ungewöhnliche Eisorten probiert? Ja. Ich habe schon ein paar ungewöhnliche Eisorten probiert, maximal. Eine interessante Sorte war Lavendel-Eis. Es war überraschend aromatisch und erfrischend. Gibt es eine bestimmte Eisdiele, die du empfehlen kannst? Eine Eisdiele, die ich empfehlen kann, ist Gelato Fantastico. Sie haben eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen und das Eis schmeckt immer frisch und authentisch. Hast du Tipps für Menschen, die sich ihr eigenes Eis machen möchten? Ein Tipp, den ich habe, ist, eine Eismaschine zu verwenden, um hausgemachtes Eis herzustellen. Es ermöglicht es, verschiedene Geschmacksrichtungen und Zutaten auszuprobieren. Es macht auch Spaß, eigene Kreationen zu kreieren. Hast du schon einmal Eis in einem Waffelbecher oder einem Becher probiert? Ja. Ich habe sowohl Eis in einem Waffelbecher als auch in einem Becher probiert, Lisa. Es hängt von meiner Stimmung ab. Aber manchmal mag ich den knusprigen Geschmack der Waffel, und manchmal bevorzuge ich den praktischen Becher. Was ist dein persönlicher Favorit? Ich kann mich nicht entscheiden, maximal. Ich genieße sowohl Eis in einem Waffelbecher als auch in einem Becher. Es kommt auf die Präsentation und den Genussmoment an. Gibt es eine bestimmte Eissorte, die du diesen Sommer unbedingt probieren möchtest? Diesen Sommer möchte ich unbedingt Zitroneneis probieren, Lisa. Es klingt so erfrischend und perfekt für heiße Tage. Gibt es eine bestimmte Eissorte, die du gerne einmal selbst kreieren möchtest? Ich würde gerne einmal Mango-Lassi-Eiss selbst kreieren, maximal. Es ist eine Kombination aus dem köstlichen indischen Getränk und Creme-I-Gem-Eiss. Es wäre eine einzigartige Kreation. Dialog 12 Ein Abend voller Musicals In diesem Gespräch tauschen Max und Anna ihre Lieblingsmusical-Aufführungen aus. Sie teilen ihre Begeisterung für musikalische Darbietungen und sprechen über die Gründe, warum diese Shows ihre Favoriten sind. Hallo Anna. Ich habe gehört. Du bist ein großer Fan von Musicals. Welche sind denn deine Lieblingsaufführungen? Hallo Max. Ja, ich liebe Musicals. Eine meiner absoluten Lieblingsaufführungen ist, das Phantom der Oper. Die Musik und die Geschichte sind einfach fesselnd. Wie sieht es bei dir aus? Oh, das Phantom der Oper ist auch einer meiner Favoriten. Die Kostüme und Bühnenbilder sind einfach beeindruckend. Aber ich muss sagen, dass, der König der Löwen. Mein absolutes Lieblingsmusical ist. Die Musik, die Tänze und die fantastischen Kostüme machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Oh ja, der König der Löwen ist wirklich spektakulär. Die Kombination aus Schauspiel, Musik und Bühneneffekten ist einfach atemberaubend. Hast du noch andere Musicals, die du empfehlen kannst? Definitiv. Mama Mia ist ein weiteres Musical, das ich sehr mag. Die eingängigen Abba-Songs und die fröhliche Stimmung machen es zu einer mitreißenden Aufführung. Hast du schon, Tanz der Vampire, gesehen? Das ist auch sehr empfehlenswert. Ja, Tanz der Vampire, habe ich gesehen und es hat mir wirklich gut gefallen. Die Mischung aus Humor und Spannung ist großartig. Ein weiteres Musical, das ich empfehlen kann, ist Cats. Die beeindruckenden Choreografien und die Musik von Andrew Lloyd Webber sind einfach unvergesslich. Cats ist auch fantastisch. Die Darstellung der Katzencharaktere ist einzigartig. Ein weiteres Musical, das ich gerne erwähnen möchte, ist Les Miserebles. Die emotionsgeladenen Lieder und die bewegende Handlung machen es zu einem wahren Meisterwerk. Oh ja, Les Miserebles ist wirklich ein Klassiker. Die Musik berührt wirklich tief und die Darsteller sind unglaublich talentiert. Gibt es noch ein Musical, das du gerne erwähnen möchtest? Ja, Hairspray ist auch ein Musical, das ich empfehlen kann. Die energiegeladenen Songs und die Botschaft von Akzeptanz und Gleichberechtigung machen es zu einer inspirierenden Show. Es gibt so viele großartige Musicals da draußen. Es ist schwer, sich auf nur wenige zu beschränken. Da hast du absolut recht, Maximal. Die Welt der Musicals bietet so viele einzigartige und unvergessliche Erfahrungen. Es war toll, sich mit dir über unsere Lieblingsmusicals auszutauschen. Auf jeden Fall, Anna. Vielen Dank für den Austausch. Ich freue mich schon darauf, weitere großartige Musicals zu entdecken. Gern geschehen, Max. Lass uns auf jeden Fall unsere Empfehlungen austauschen und vielleicht sogar zusammen eine Aufführung besuchen. Das klingt super. Ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal, Anna. Bis dann, Max. Hab einen musikalischen Tag. Dialog 13 Naturschutzträume In dieser Unterhaltung zwischen Laura und Tim teilen sie ihre Träume und Ideen für Naturschutzinitiativen. Sie diskutieren über Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen, Tierarten zu erhalten und die Natur für zukünftige Generationen zu bewahren. Hallo Tim. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welche Naturschutzinitiative du gerne umsetzen würdest? Hallo Laura. Ja. Ich habe tatsächlich einen Traum. Ich würde gerne eine Aktion starten, um Plastikmüll in unserer Umgebung zu reduzieren. Das ist eine großartige Idee. Wie würdest du das angehen? Ich würde Aufklärungsveranstaltungen organisieren und die Menschen über die Auswirkungen von Plastikmüll informieren. Außerdem würde ich Recyclingstationen aufstellen, um das Bewusstsein für das Thema zu stärken. Das klingt wirklich sinnvoll. Ich träume davon, bedrohte Tierarten zu schützen. Eine Initiative, die sich für den Schutz von Lebensräumen einsetzt, wäre mein Ziel. Das ist eine noble Sache. Wie würdest du vorgehen, um die Lebensräume zu schützen? Ich würde mich gerne an Aufforstungsprojekten beteiligen und Lebensräume für bedrohte Arten wiederherstellen. Außerdem würde ich auf die Bedeutung des Erhalts von natürlichen Ökosystemen hinweisen. Das ist eine tolle Idee. Eine weitere Initiative, die ich mir vorstellen könnte, ist die Förderung der umweltfreundlichen Energiegewinnung. Absolut. Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Umweltauswirkungen. Wie würdest du die umweltfreundliche Energiegewinnung fördern? Ich würde gerne Informationsveranstaltungen über Solarenergie und Windkraft durchführen und die Menschen ermutigen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das wäre eine großartige Möglichkeit, das Bewusstsein zu schärfen. Eine weitere Idee, die ich habe, ist der Schutz von natürlichen Wasserressourcen. Das ist sehr wichtig. Wie würdest du vorgehen, um die Wasserressourcen zu schützen? Ich würde gerne an Reinigungsaktionen von Flüssen und Seen teilnehmen und die Menschen darüber informieren, wie sie Wasser sparen können. Auch die Vermeidung von Wasserverschmutzung wäre ein Schwerpunkt. Das klingt nach einer sinnvollen Initiative. Es ist wirklich inspirierend zu hören, wie du dich für den Naturschutz einsetzen möchtest. Danke, Tim. Ich denke, wir alle können einen Beitrag leisten, um unsere Umwelt zu schützen. Es war schön, sich mit dir über unsere Naturschutzträume auszutauschen. Das finde ich auch, Laura. Wenn wir gemeinsam handeln, können wir einen positiven Einfluss auf die Natur haben. Viel Erfolg bei deinen Naturschutzinitiativen. Danke, Tim. Dir auch viel Erfolg bei deinem Vorhaben, den Plastikmüll zu reduzieren. Lass uns weiterhin daran arbeiten, unsere Träume zu verwirklichen. Auf jeden Fall, Laura. Gemeinsam können wir viel erreichen. Danke für das inspirierende Gespräch. Danke dir auch, Tim. Ich wünsche dir alles Gute. Lass uns in Kontakt bleiben und unsere Fortschritte teilen. Gute Idee. Bis bald, Laura. Bis bald, Tim. Tschüss und viel Erfolg. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 14 Traumhafte Forschungsprojekte In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Traumforschungsprojekte aus und diskutieren verschiedene Themen, die sie gerne erforschen würden. Hey Laura, wie geht's? Hast du schon mal darüber nachgedacht, an welchem Forschungsprojekt du arbeiten möchtest? Hallo Jan. Ja, ich habe tatsächlich eine Idee für ein Traumforschungsprojekt. Ich würde gerne die Auswirkungen von Musik auf unsere Stimmung und Produktivität erforschen. Wie ist es mit dir? Das klingt spannend, Laura. Ich habe darüber nachgedacht, die Auswirkungen von Natur auf unsere psychische Gesundheit zu untersuchen. Ich möchte herausfinden, wie die Natur uns dabei helfen kann, Stress abzubauen und uns zu entspannen. Hast du noch andere Themen im Kopf? Ja, ich interessiere mich auch für das Thema Schlaf. Ich würde gerne erforschen, wie verschiedene Schlafgewohnheiten unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen. Gibt es ein spezielles Forschungsgebiet, das dich besonders interessiert? Tatsächlich bin ich auch sehr an der menschlichen Kommunikation interessiert. Ich möchte herausfinden, wie unsere Körpersprache und unsere Stimme unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. Hast du eine bestimmte Methode im Sinn, um deine Forschung durchzuführen? Ja, ich denke daran, eine Kombination aus Umfragen und Schlafaufzeichnungen zu verwenden, um Daten zu sammeln. Es wäre interessant, die Schlafmuster verschiedener Menschen zu analysieren. Wie möchtest du deine Forschungsmethode gestalten, Jan? Ich plane, sowohl Beobachtungen als auch Experimente durchzuführen, um die Auswirkungen der Körpersprache und der Stimme auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu untersuchen. Es wird eine Herausforderung, aber ich bin motiviert, mehr darüber zu erfahren. Gibt es eine spezielle Forschungsfrage, die du untersuchen möchtest? Ja, ich würde gerne herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Schlafqualität und emotionaler Stabilität gibt. Es wäre interessant zu sehen, ob Menschen, die gut schlafen, auch eine bessere emotionale Gesundheit haben. Wie wäre es mit dir, Jan? Das klingt nach einer spannenden Fragestellung, Laura. Ich möchte herausfinden, ob unsere Körpersprache und unsere Stimme in der Kommunikation mehr Einfluss haben als unsere eigentlichen Worte. Es wäre faszinierend, die nonverbale Kommunikation genauer zu erforschen. Hast du einen letzten Tipp für die Durchführung von Forschungsprojekten? Ja, Jan, ich denke, es ist wichtig, gründlich zu planen und sich klare Ziele zu setzen. Es ist auch hilfreich, mit anderen Experten auf dem Gebiet zusammenzuarbeiten und ihre Perspektiven einzubeziehen. Jan, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war interessant, deine Forschungsideen zu erfahren. Danke dir auch, Laura. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Traumforschungsprojekt. Lass uns weiterhin neugierig bleiben und unsere Leidenschaft für die Forschung fördern. Dialog 15 Haustiere und Tiere In diesem Dialog tauschen Lisa und Max Informationen über ihre Haustiere und ihre Vorlieben für verschiedene Tiere aus. Sie sprechen über die Art der Haustiere, ihre Eigenschaften und ihre Erfahrungen im Umgang mit Tieren. Hallo Max, hast du Haustiere? Ich liebe Tiere und habe einen Hund namens Maxi. Hallo Lisa. Nein, ich habe keine Haustiere. Aber ich finde Tiere auch sehr faszinierend. Wie ist dein Hund, Maxi? Maxi ist ein kleiner Mischlingshund. Er ist sehr verspielt und liebevoll. Hast du eine bevorzugte Tierart? Ich mag Hunde und Katzen, Lisa. Sie sind so süß und haben ihre eigene Persönlichkeit. Wie verbringst du deine Zeit mit Maxi? Wir gehen oft spazieren und spielen im Park. Maximal. Er liebt es, draußen zu sein und mit anderen Hunden zu interagieren. Hast du Erfahrungen im Umgang mit Haustieren? Ja. Ich habe einige Freunde mit Haustieren und habe ihnen oft geholfen, Lisa. Es macht Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Gibt es ein bestimmtes Tier, von dem du träumst, es als Haustier zu haben? Ich träume manchmal davon, eine Katze als Haustier zu haben, maximal. Sie sind unabhängig und gleichzeitig liebevoll. Gibt es ein Tier, von dem du fasziniert bist, aber nicht als Haustier haben möchtest? Ich finde Schlangen faszinierend, Lisa. Aber ich möchte keine als Haustier haben. Sie passen nicht zu meinem Lebensstil. Gibt es ein besonderes Tier, mit dem du gerne interagieren möchtest? Ich würde gerne einmal mit Delfinen schwimmen, maximal. Sie sind so intelligent und es wäre eine besondere Erfahrung. Welche Tiere findest du in der Natur interessant? Ich finde Vögel interessant, Lisa. Ihre Vielfalt an Farben und Klängen ist faszinierend. Hast du schon einmal ein exotisches Tier gesehen? Ja. Ich habe einmal einen exotischen Papagei in einem Zoo gesehen, maximal. Seine lebendigen Farben waren atemberaubend. Es war interessant, mit dir über Tiere zu sprechen. Dialog 16 Gemeinschaftsgestaltung In diesem Gespräch teilen Max und Sophie ihre Visionen für Gemeinschaftsentwicklungsprojekte. Sie diskutieren Ideen, die darauf abzielen, das Leben in ihren Gemeinden zu verbessern und eine positive Veränderung herbeizuführen. Hallo Sophie, hast du auch Ideen für Gemeinschaftsentwicklungsprojekte, die du gerne umsetzen würdest? Ja, definitiv. Ich träume davon, eine Gemeinschaftsgarteninitiative zu starten. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, Gemüse anbauen und nachhaltige Landwirtschaft praktizieren können. Das klingt fantastisch. Ich interessiere mich sehr für die Schaffung eines Jugendzentrums, in dem junge Menschen ihre Talente entdecken, sich engagieren und ihre kreativen Fähigkeiten entwickeln können. Das Jugendzentrum ist eine großartige Idee. Es wäre schön, einen Ort zu haben, an dem junge Menschen ihre Leidenschaften verfolgen und positive Veränderungen in ihrer Gemeinschaft bewirken können. Auf jeden Fall. Ein weiteres Projekt, das ich mir vorstellen kann, ist die Einrichtung eines Recyclingzentrums. Wir könnten die Menschen dazu ermutigen, Abfall zu reduzieren, recycelbare Materialien zu sammeln und umweltfreundliche Praktiken zu fördern. Das Recyclingzentrum wäre eine wunderbare Initiative. Es ist wichtig, das Bewusstsein für die Bedeutung von Recycling und Umweltschutz in unserer Gemeinschaft zu schärfen. Absolut. Ich denke auch darüber nach, ein Programm zur Förderung der Bildung und Ausbildung von benachteiligten Kindern zu starten. Jedes Kind verdient eine gute Bildung und die Möglichkeit, sein volles Potenzial zu entfalten. Das ist eine großartige Initiative, Max. Bildung ist der Schlüssel zu Chancengleichheit und zur Schaffung einer besseren Zukunft für unsere Gemeinschaft. Danke, Sophie. Ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam positive Veränderungen bewirken können. Hast du noch weitere Ideen für Gemeinschaftsentwicklungsprojekte? Ja. Ich denke daran, ein Programm zur Unterstützung älterer Menschen aufzubauen. Wir könnten freiwillige Helfer mobilisieren, um ihnen bei alltäglichen Aufgaben zu helfen und soziale Unterstützung zu bieten. Das ist eine wunderbare Idee, Sophie. Es ist wichtig, unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu würdigen und ihnen ein unterstützendes Umfeld zu bieten. Absolut. Eine weitere Idee, die mir in den Sinn kommt, ist die Schaffung eines Gemeinschaftszentrums, das verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten beherbergt. Es würde die Vielfalt unserer Gemeinschaft fördern und den interkulturellen Austausch fördern. Das Gemeinschaftszentrum wäre ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen und voneinander lernen könnten. Das wäre eine Bereicherung für uns alle. Da stimme ich dir zu, Max. Es ist inspirierend, gemeinsam an solchen Projekten zu arbeiten und das Potenzial unserer Gemeinschaft auszuschöpfen. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert von unseren Ideen und hoffe, dass wir sie eines Tages umsetzen können, um unsere Gemeinschaft zu stärken und positive Veränderungen zu bewirken. Danke, Max. Es war großartig, mit dir über unsere Träume und Visionen zu sprechen. Lass uns weiterhin daran arbeiten, unsere Gemeinschaft zu verbessern. Auf jeden Fall, Sophie. Gemeinsam können wir viel bewirken. Ich freue mich auf die Zukunft und die Umsetzung unserer Ideen. Tschüss. Tschüss, Max. Lass uns dranbleiben und unsere Träume verwirklichen. Bis bald. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 17 Ein Fest der Kulturen In diesem Gespräch zwischen Lisa und Jonas tauschen sie ihre Erfahrungen über besuchte kulturelle Festivals aus und diskutieren die Besonderheiten und Highlights dieser Veranstaltungen. Hey Jonas, hast du schon einmal an einem kulturellen Festival teilgenommen? Ich liebe es, verschiedene Kulturen zu entdecken und ihre Feste zu feiern. Ja, Lisa. Ich hatte die Gelegenheit, an einem traditionellen Oktoberfest teilzunehmen. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du auch ein besonderes Festival besucht? Oh, das Oktoberfest hört sich toll an. Jonas. Ja, ich war auf einem Karnevalsumzug in Köln. Es war so bunt und voller Lebensfreude. Die Musik, die Kostüme und die festliche Atmosphäre haben mich begeistert. Das klingt fantastisch. Lisa. Karneval in Köln ist weltweit bekannt. Ich habe gehört, dass es eine der größten Karnevalsfeiern überhaupt ist. Welche anderen kulturellen Festivals möchtest du gerne besuchen? Es gibt so viele Festivals, die ich gerne erleben möchte. Zum Beispiel interessiere ich mich für das Holi Festival in Indien, bei dem mit buntem Pulver gespielt wird. Es sieht nach viel Spaß und Freude aus. Und du, Jonas? Das Holi Festival klingt wirklich interessant, Lisa. Ich würde gerne das chinesische Neujahrsfest in China erleben. Die Paraden, die Drachen und Feuerwerke sind beeindruckend. Es wäre eine fantastische Möglichkeit, die chinesische Kultur zu erkunden. Das hört sich großartig an, Jonas. Das chinesische Neujahrsfest ist definitiv ein spektakuläres Ereignis. Ich denke, es ist wunderbar, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene kulturelle Festivals zu erleben und dadurch neue Eindrücke zu gewinnen. Absolut, Lisa. Es erweitert unseren Horizont und lässt uns die Vielfalt unserer Welt besser verstehen. Hast du noch andere Festivals, die du empfehlen könntest? Ja, auf jeden Fall. Das La Tomatina Festival in Spanien, bei dem Menschen Tomaten aufeinander werfen, oder das Diwali Festival in Indien, das als Festival der Lichter gefeiert wird. Beide sind einzigartige und unvergessliche Erlebnisse. Das sind großartige Empfehlungen, Lisa. Ich werde mir diese Festivals auf meine Liste setzen. Es ist so spannend, andere Kulturen und ihre Traditionen durch Festivals kennenzulernen. Das finde ich auch, Jonas. Es eröffnet uns neue Perspektiven und ermöglicht uns den Austausch mit Menschen aus aller Welt. Ich bin dankbar für die kulturelle Vielfalt, die uns Festivals bieten. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Lisa. Es war toll, mit dir über unsere Erfahrungen und Vorlieben bei kulturellen Festivals zu sprechen. Vielleicht können wir sogar zusammen an einem Festival teilnehmen und unsere Erlebnisse teilen. Das wäre großartig, Jonas. Es gibt so viele aufregende Festivals da draußen. Lass uns eine Liste machen und schauen, welches wir als nächstes besuchen können. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Vielen Dank.